Hallöchen, hier ist wieder die Blady. Nun, das mit dem Let's Plays, was ich in meiner letzten Ankündigung gemacht habe, das wird wohl nichts. Dabei würde ich das so gerne machen. Ich habe den ersten Part schon fertig aufgenommen und alles und ja, eigentlich müsste ich es nur noch bearbeiten, aber ich kriege es nicht bearbeitet. Erst habe ich ewig kein Programm finden können, mit dem ich es überhaupt bearbeiten könnte, dann die Programme, die ich gefunden habe, waren irgendwie alle kaputt. Als ich dann doch endlich eins gefunden habe, war ich überglücklich, habe es dann auch bearbeitet und gespeichert und dann kam nach über einer Stunde die Meldung, das Video kann nicht wiedergegeben werden, weil es größer als ein Gigabyte ist. Das ist überhaupt eine total schwachsinnige Meldung, aber nun ja. Er speichert es über eine Stunde und rendert und rendert und rendert und dann sagt er mir, nach einer Stunde, wo dann auf dem Speicherbalken 100% steht, dass er es nicht rendern konnte. Was soll das? Also, das ist echt. Nun, ich weiß jetzt nicht, wie ich das noch machen soll oder auch kann, denn so wird es irgendwie ja nicht. Wenn jemand von euch ein Programm hat oder eine Ahnung, wie ich das Problem umgehen kann, der möge mir bitte, bitte, bitte helfen. Äh, ja, falls ihr vielleicht noch wissen solltet, ich habe dafür Camtasia 7 benutzt, aber wie gesagt, es ging ja irgendwie nicht. Naja, auf das ich es noch schaffe, diesen Part endlich zu bearbeiten und durchzuladen. Bis bald. Bis bald.